Und los ging's. Nachdem gestern das Königs- und Prinzenvogelschießen des St. Hubertus-Schützenvereins Egidienberg von 1920 auf dem Programm stand, fand heute Nachmittag in Begleitung der Schöneberger Blasmusik der Festzug vom Busrondell in Himberg zum Schützenhaus statt. Im Mittelpunkt der neue Schützenkönig Thorsten Sting mit seiner Königin Birte Denecke, gefolgt von befreundeten Schützen- und Ortsvereinen. Diesem großen Moment wohnte auch Bürgermeister Otto Neuhoff bei und das sicherlich nicht nur, weil sein enger Mitarbeiter im Rats- und Bürgermeisterbüro Klaus Lenig 2017 selbst Schützenkönig war. Nach der Zeremonie auf dem Platz vor dem Schützenhaus begannen dann die weiteren Wettbewerbe, so das Preisschießen der Bürger, das Preisschießen befreundeter Schützenvereine und das Bürgerkönigsvogelschießen. Mit dem 350. Schuss wurde Thorsten Sting neuer Schützenkönig. Sarah Walgenbach holte sich den Titel als Prinzessin mit dem 378. Schuss. Konnte allerdings heute nicht dabei sein, weil sie an einer Klassenfahrt teilnimmt. Die Königin an der Seite des neuen Schützenkönigs ist Birte Denecke. Sie ist die Tochter des zweiten Vorsitzenden Carsten Denecke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017